Hallo ihr Lieben und Willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute gibt es eine Rezension und zwar zu einem Buch. Und dieses Buch ist was ganz ganz Besonderes. Ihr könnt es euch vielleicht schon denken, wenn ihr mich so ein bisschen auf Instagram verfolgt. Wenn nicht, folgt mir super super gerne auch mal auf Instagram. Da ist immer alles so ein bisschen aktueller und so ein bisschen mehr live. Es geht heute um Truly von Avery. Es ist nicht wunderschön. Ich liebe es so sehr. Ja, für die, die es noch nicht wussten, ich durfte dieses Buch testlesen, was für mich eine unglaubliche Ehre war. Zum einen, weil ich so ein Avery-Fan der ersten Stunde bin. Ich habe, glaube ich, jedes Buch von ihr hier. Ich habe jedes Buch signiert. Und ja, ich liebe einfach ihre Bücher. Das wisst ihr. Ich meine, ich habe, glaube ich, schon öfter mal von ihren Büchern hier so geschwärmt. Und ihre Bücher waren auch schon, ich glaube, ich hatte jedes Jahr ein Highlight dabei, was ja auf ihr Konto gewachsen ist oder was auf ihr Konto gegangen ist. So, gewachsen ist. Ich weiß nicht, was heute mit meiner Sprache ist, aber ich habe heute reden gar nicht drauf. Ich habe das Gefühl, irgendwie kann ich nie reden, wenn ich Videos drehe. Aber gut, macht nichts. Und ja, ich durfte dieses Buch testlesen. Und ja, was noch toller ist, ist, ich bin hier mit einem Zitat drin. Aber gut, ich nehme zu viel vorweg. Ich möchte das Zitat jetzt nicht vorlesen, denn ich erzähle euch jetzt erstmal, worum es geht. So, ich habe die Kameraeinstellung ein bisschen anders gemacht. Ich war irgendwie zu nah dran. Auf jeden Fall, in Truly geht es um unsere Protagonistin Andy. Und Andy, ja, sie geht jetzt nach Seattle zu ihrer besten Freundin, denn sie möchte sich dort einen Traum verfüllen. Und ihr Traum ist, dass sie mit ihrer Freundin gemeinsam an der Harbour Hill University studiert. Und ja, das Problem ist aber, sie hat keine Wohnung, keinen Job und auch kein Geld. Und ja, es ist alles so ein ganz kleines bisschen, so ein Chaos. Und ja, das gilt es dann so nach und nach wieder in den Griff zu kriegen. Und ich sage mal so, auf dieser Reise lernt sie dann Cooper kennen. Cooper ist ein ziemlich schweigsamer und auch ein bisschen ein mürrischer Typ. Aber ja, Andy wird von ihm irgendwie sofort in den Bann gezogen. Und ja, irgendwas macht dieser Kerl mit ihr, obwohl sie ja nicht wirklich, obwohl man allgemein nicht wirklich was aus ihm herauskriegt. Das ist so ganz, ganz grob die Story. Kommen wir zu dem Schreibstil. Der Schreibstil ist unglaublich. Also wer Ava Reed kennt, der weiß, dass die Autorin einfach schreiben kann. Das ist einfach klar. Sie kann es unglaublich gut. Und sie kann einfach Gefühle unnormal gut transportieren. Wenn sie gerade eine lustige Szene schreibt, dann bringt sie das rüber. Du merkst dann, dass du auch diesen Spaß hast, dass du diesen Spaß fühlst. Wenn sie aber eine traurige Szene schreibt, merkt man, dass man selbst so ein bisschen runterkommt, ein bisschen mensig kehrt und nachdenkt. Und ja, sie kann einfach Gefühle unglaublich gut transportieren. Und das ist eine Sache, die für mich dieses Buch unglaublich besonders gemacht hat. Weil ja, es war einfach toll. Es war so tiefgründig und es war emotional. Man konnte die Gefühle der Protagonisten absolut nachvollziehen. Auch weil sie so gut beschrieben sind und es war einfach toll. Also der Schreibstil, ich habe es mir schon vorher gedacht, dass der Schreibstil gut sein würde. Weil wie gesagt, ihre anderen Bücher, sie hat einfach einen wundervollen Schreibstil. Das war schon immer so. Und ich liebe ihren Schreibstil, weil für mich ist er was ganz Besonderes. Er ist emotional. Aber irgendwie so besonders emotional. Ich kann es gar nicht beschreiben. Er ist einfach toll. Irgendwie spielt das Licht heute verrückt, aber lasst euch davon nicht beirren. Naja, machen wir weiter. Die Geschichte von Andy und Cooper ist auf jeden Fall eine etwas ruhigere Geschichte. Sie ist aber keineswegs langweilig. Also man fiebert wirklich mit den Charakteren mit. Man möchte unbedingt wissen, wie es weitergeht. Es ist ein toller Humor mit in der Geschichte drin. Denn die Nebencharaktere, die hier vorkommen, finde ich, sind super ausgearbeitet und sind super mit in die Geschichte eingeflossen. Es war einfach wundervoll. Ja, man verliebt sich richtig in diese ganzen Nebencharaktere oder in diese Clique, kann man auch sagen. Und ja, wie gesagt, die Geschichte an sich ist eine etwas ruhigere Geschichte. Es ist jetzt keine so actionreiche Geschichte oder keine laute Geschichte, um es so auszudrücken. Aber das passt auch zu den Protagonisten. Dann kommen wir zu denen. Andy, unsere weibliche Hauptprotagonistin. Sie ist ein eher schüchternes Mädchen. Ich kann sie euch hier mal zeigen. Ich bin ja auch vorbereitet, ausnahmsweise mal. Das hier ist unsere Protagonistin Andy, falls ihr sie noch nicht gesehen habt. Und ja, wie gesagt, Andy ist eher so ein schüchternes Mädchen. Sie ist sehr sensibel und sie kommt nicht so wirklich aus sich raus. Sie ist eher so ein Typ. Sie denkt was, aber sie würde es nicht immer unbedingt aussprechen. Und ja, auch Cooper, den kann ich euch auch zeigen. Den haben wir hier. Und ja, auch Cooper ist eher so ein bisschen zurückhaltender. Er ist auch so ein bisschen mehr in sich gekehrt. Wir haben ihn immer liebevoll Grumpy Cat genannt, weil er immer auch so ein bisschen mürrisch rüberkommt. Also die sind beide schon sehr zurückhaltend und ja, eher so ruhige Personen. Nicht so, ja, nicht so laute Personen wie zum Beispiel Andys beste Freundin. Die ist eine lautere Person, aber um die geht es nicht. Um die geht es in Band 2. Und ja, deswegen passt diese ruhige Geschichte auch zu den Charakteren. Ich finde die Geschichte einfach ganz, ganz, ganz toll. Es wurden hier so ein paar Stilmittel genutzt, die mir unglaublich gut gefallen haben. Es ist zum Beispiel, der Prolog ist vorgegriffen aus später aus dem Buch. Also man liest den Prolog und eigentlich versteht man ihn gar nicht, weil man denkt sich, okay, wie ist es jetzt dorthin gekommen? Aber man ist, man wird schon im Prolog absolut gefangen genommen von der Geschichte und absolut eingenommen von der Protagonistin. Und ich finde es einfach unglaublich gut. Ich finde dieses ganze Drumherum einfach alles spielt perfekt zusammen. Die Nebencharaktere, die Hauptcharaktere, die Handlung, der Schreibstil, das passt alles einfach unglaublich gut zusammen. Das Buch ist emotional, es ist humorvoll, es kommt natürlich Herzschmerz drin vor. Und ja, es ist einfach eine wunderschöne Liebesgeschichte, wie ich finde. Und ich denke, dass sie ganz vielen von euch ganz, ganz gut gefallen wird. Ich bin absolut verliebt in dieses Buch. Und Andy und Cooper sind zwei wirklich besondere Protagonisten. Ich finde, solche Protagonisten hat man nicht immer ganz so häufig. Vor allem, weil sie auch beide eher so ruhig sind. Man hat es ja oft, dass man so ein... Ja, dass die Konstellation eher gegenteilig ist, dass der eine Part sehr ruhig ist, der andere Part ist sehr laut und sehr aktiv. Und hier sind sie eher beide schon ziemlich zurückhaltend. Aber ja, sie finden natürlich irgendwie trotzdem so zueinander. Also beziehungsweise sie fühlen sich ja trotzdem zueinander hingezogen. Und deswegen ist es eine ganz, ganz tolle Liebesgeschichte, die ihr unbedingt alle lesen möchtet. Möchtet. Die ihr unbedingt alle lesen müsst, weil ich liebe Truly wirklich sehr. Mein Herz hängt an Truly und ich liebe es. Es ist unglaublich. Und ja, ganz viel Liebe für dieses Buch und für die Autorin natürlich. Und ja, wie gesagt, das war es von meinem Video, von meiner Rezension. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen anfixen, Truly zu kaufen, falls ihr es noch nicht getan habt. Das Buch wurde ja auch sehr, sehr gehyped. Und ich finde, es ist diesen Hype absolut wert. Ich finde es ganz toll. Ja, bildet euch einfach eure eigene Meinung. Ich würde mich auf jeden Fall sehr freuen, wenn das Buch auf eure Wunschliste wandert. Denn es ist einfach toll. Ich finde es so toll. Ich freue mich immer wieder aufs Neue, wenn ich jemanden sehe oder jemand mich markiert, weil er deswegen mir gekauft hat, weil ich schon ziemlich geschwärmt habe die letzten Tage. Aber okay, das soll es von mir gewesen sein. Schreibt mal gerne in die Kommentare, ob ihr schon viel von dem Buch gehört habt und ob ihr schon so ein bisschen angesteckt wurdet oder ob es euch so gar nicht interessiert. Und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video wieder. Tschüss!